Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Bereich Deutsch lernen mit Emojis. Wir sind Netzwerb Deutsch, das Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Heute zeigen wir euch Begriffe rund um das Thema Meine Familie. Hört euch die Aussprache genau an und sprecht uns nach. Nutzt auch die Navigation in der Beschreibung. Und nun viel Erfolg beim Lernen. Die Familie Die Familie Die Familie Das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Die Frau Die Frau Das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Der Mann Der Mann Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Das Kind Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Das ist unser Kind. Das ist unser Kind. Die Kinder Das ist mein Kind. Das ist mein Baby. Das ist unser Kind. Das ist mein Baby. Das ist unser Baby. Die Babys. Das sind meine Babys. Das sind unsere Babys. Das sind unsere Babys. die Tochter die Tochter Das ist meine Tochter. Das ist meine Tochter. Das ist unsere Tochter. Das ist unsere Tochter. die Töchter die Töchter Das sind meine Töchter. Das sind meine Töchter. Das sind unsere Töchter. Das sind unsere Töchter. der Sohn der Sohn Das ist mein Sohn. das ist mein Sohn. das ist unser Sohn. das ist unser Sohn. die Söhne die Söhne Das sind meine Söhne. das sind meine Söhne. das sind unsere Söhne. das sind unsere Söhne. die Mutter das ist meine Mutter. das ist meine Mutter. das ist unsere Mutter. das ist unsere Mutter. die Mama Das ist meine Mama. Das ist unsere Mama. der Vater Der Vater Das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Das ist unser Vater. Das ist unser Vater. der Papa Der Papa Das ist mein Papa. Das ist mein Papa. Das ist unser Papa. Das ist unser Papa. die Schwester die Schwester Das ist meine Schwester. Das ist meine Schwester. Das ist unsere Schwester. Das ist unsere Schwester. die Schwestern die Schwestern Das sind meine Schwestern. Das sind meine Schwestern. Das sind unsere Schwestern. Das sind unsere Schwestern. der Bruder der Bruder Das ist mein Bruder. Das ist unser Bruder. die Brüder die Brüder Das sind meine Brüder. Das sind unsere Brüder. Das sind unsere Brüder. die Eltern die Eltern Das sind meine Eltern. Das sind meine Eltern. Das sind unsere Eltern. Das sind unsere Eltern. die Großmutter die Großmutter Das ist meine Großmutter. Das ist meine Großmutter. Das ist unsere Großmutter. Das ist unsere Großmutter. die Oma die Oma Das ist meine Oma. das ist meine Oma. das ist unsere Oma. das ist unsere Oma. der Großvater der Großvater das ist mein Großvater. das ist mein Großvater. das ist unser Großvater. das ist unser Großvater. der Opa der Opa das ist mein Opa das ist mein Opa das ist unser Opa das ist unser Opa die Großeltern die Großeltern das sind meine Großeltern das sind meine Großeltern das sind unsere Großeltern die Katze das ist meine Katze das ist meine Katze das ist unsere Katze das ist unsere Katze Der Hund Der Hund Das ist mein Hund Das ist mein Hund Das ist unser Hund Das ist unser Hund Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.